Und hier seid ihr an unsere Sonne, ihr habt nämlich gern, meine besten Freunde anzusehen und alle haben die Willen, die wir jetzt mussten zu nehmen, aber ihr habt doch nichts. Und ihr habt ja auch noch meine Leute helfen können, ihr habt mich helfen können, wie ihr seid, ihr habt ja so gefordert und 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 wieder heiraten und folgen, was zu machen, was zu tun, und voi auch gezeigt, dass es Familienvater. Und ich stehe vor allem da für alle die Auffang, die wir haben und die sich nicht trauen, Worte auszusprechen oder die Auffang. Was mir wichtig ist und am Herrn liegt, wir sind die Mütter der Gesellschaft, die meisten von uns und alle sind politisch noch gar. Aber die Politik und die falschen und einseitige Berichterstattung der Medien lässt sich nicht glauben, dass wir alle so sind. Und das ist, wenn wir uns aufs Worten in den Bürgern und in den Wirken und das ist falsch. Wenn wir im Ausland in der Demokratie werden, dann zurecht. Und es muss möglich sein, in aller Verwünschen, in hier loszutreten und darüber zu diskutieren. Denn das ist die Mütterdemokratie für mich. Und das ist die Mütter der Kultur und die will niemand von uns. Wenn ein erster, zweiter oder dritter Obdamm nicht reicht und in Wahrheit mehr Schaden anrichtet, als gut gemacht wird, dann sollte die herangehensweise verdammt und hinterfragen werden. Ich bin auch selbstständiger und habe durch die Maßnahmen dieser Politik mein Geschäft schließen müssen. Und uns bereitet, so viel ich es sehe, eine einzige Chance. Und ich schließe mich den Aussagen von Professor Zufi Redbatti an. Wir werden leben müssen, mit diesem Virus zu leben. Und an die verantwortlichen Politiker, mit welcher Bürger folgende Forderungen richten. Transparenz, was die Zahlen betrifft. Ehrlichkeit im Umgang mit der Bevölkerung. Eigengewanderung im Handel jedes Einzelnen. Die Politik hat sich nach meiner Ansicht, um die verantwortlichen Rahmenbedingungen unseres Zusammenlebens zu machen. Denn Politiker sind nichts und alles, als gewählte Volkenträger und nicht gewählte Herrscher. Es ist damit unerreiflich, gewählte Maßlosigkeit und Unverhältnismäßigkeit, unerreifte Volkenträger und den Eten im Handel der Gesundheit, die Grundbedürfnisse und Grundbedürfnisse des Volkes mit Flüssigemäßigen. Das Volk wird noch nicht gestalten. Es darf nicht sein, dass das Frieden der Demonstranten mit Wörterwerber und denjenigen erfolgen werden wird. Es darf nicht sein, dass die Bundesregulierung je in Impfgrüde und je in Impfverforderung oder das eigene Schöne-Empfeder verkauft wird. Es darf nicht sein, dass heute schon mindestens 40% der Menschen und der physischen und psychischen Druck oder auch Wörter zu leiden. Es darf nicht sein, dass Kinder in Schulen und Kinder, Schroden und geimpft werden oder gar geimpft werden. Was in den Regulierungen auch gekauft ist. Es darf und kann nicht sein, dass wir da noch nicht mehr leben, liebe Stolperl und liebe Freilnehmer. Ich freuere die Politik auf, ich freuere diejenigen aufzunehmen, die Biologen und die Bevölkerung umzutreten. Entdeckte sie an der Grenze, an der Grenze, an der Grenze und Regulierungen abkommen und ihr meistert überhaupt noch zuhören. Ich freuere das soziales Miteinander und nicht ein Unterbinden der Freiheit und der Menschenrechte. Abschließend, um mit all den Worten möglich zu sagen, dass es auch grundsätzlich, an uns die Versorgung von der Asien, österreichischer Menschenrechte und der Deutschen, dann kann jeder Einzelne von uns eine Ordnung und für die Erdnissmöglichkeiten herzustellen. Dieser Weg soll ohne Gewalt gegangen werden, in friedlicher Absicht, sodass wir unsere Freiheit übernehmen, die ohne Sinn zusteht und nicht aus der Bibliothek von der Politik gegeben wird. Mit einem Satz von Mahatma Ghani möchte ich schon das Ganze wieder beschließen und möchte ich den Satz mit euch auf das Weg auf das Leben geben. Seid die Ursache, die Veränderung, die du unter Wünschen für diese Welt. Danke, liebe Süßereich, danke, Deutschland, danke. Nichts? Ist das länder? Ich sehe es nicht, nein. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Nichts?